Herstlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble. Ich spiele heute mal wieder Mech Arena und heute spiele ich, so wie immer, Wettbewerb. Viel Spaß! Und die erste Runde geht los. Erstmal den schönen Tank nehmen an Anfang. Nein, nein! Okay. Was? Jawohl! Habe ich noch gekriegt. Zipi. Nein! Ach, Menno! Er hat mir meinen Kill geklaut. Ach, Mensch! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Die klauen mir immer meine Kills! Ja, dann geht's jetzt aber rund mit dem Junghund. So, einer weg! Zweiter weg! Oh, oh! Ich habe ja noch gar keinen Schuss frei! Well done! Well done! Okay. Okay. Ah, kein Schuss mehr! Oh, nein! 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 Was mache ich nur hier? Okay. Was mache ich nur hier? Haha! platz 2 mit denen habe ich ein bisschen mocks gemacht aber egal was soll es schauen wir mal auf die bewertung soweit sieht es ja ganz gut aus bisschen wenig medaillen aber okay kann man mit leben viele quest abgeschlossen das ist gut kann ich wieder was aufwerten 2 siegsterne bekommen dann werde ich mal sagen wir sehen uns gleich der zweite runde nach dem ich vielleicht was verbessert habe viel spaß ok die zweite runde geht los und ich hoffe ok ich hoffe nicht und der erste dauer Nachladen, bevor ich keinen Schuss mehr habe. Okay, ja, 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 ja. Jawohl. Nachladen. Bleibt doch stehen. Ja, das überlebst du nicht. schnell weg hier okay let's go bleibt doch stehen genau ich bin nicht erster es gibt sich ich bin nicht erster keine munition ich habe nicht nachgeladen nachladen und jetzt steht da einer vor meiner nase ich bin noch nicht erster es war ja sowas von klar du bist erst gleich die punkte 0 ich habe den ersten am ende noch gekillt aber das gibt es doch nicht ich bin erster ich bin erster einfach ich bin erster war sehr gute runde gewesen auch wenn ich angeblich nicht erster war naja vielleicht hat er ja mehr schaden gemacht als ich kann ja sein wieder zwei siegpunkte ja ein paar punkte mehr na gut soll er erster sein aber ich bin ja auch erster nein zweiter gut dann sag ich mal was gleich noch zweiter in der dritten runde viel spaß ok und die runde 3 geht los schon wieder nur hoch ich würde gerade sagen diesmal hoffe ich dass die erste werfen auch und 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 and und Okay, der ist down, der ist down. Lauf mich weg, bleib hier. Okay, er ist down. Eieieiei. Okay, dann ist er down. Nein, ich bin down. Von hinten und von vorne. Diese Schweine. Die mache ich Schale kaum. So, du hast mich getötet, glaube ich. Rache, nachladen. Okay. Und du hast ihm geholfen? So. Das war die Rache. Die Rache von Red Dog. Nachladen. So, weiter geht's. Nein. Okay. Okay. Jetzt brauche ich leichte Gegner, damit ich mich wieder hochheilen kann. Leichte Gegner, bitte. Leichte Gegner. Ich muss mich hochheilen. Okay. 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 Hochheil. Smackdown. Okay. Wutanfall. Genau. So sieht's aus. Ich habe den richtigen Wutampfang. Alle, 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 alle Kenia. Meine Hüte nochmal. So, der nächste dauernd. Oh, den wollte ich auch noch haben. So sieht dem Sieger aus. Oh, er ist zum zweiten Mal wieder. Das ist mal wieder richtig nice. Gut. Dann schauen wir uns mal die ganze Medaille nach. So muss es aussehen. Genau so. Immer es zum Ende hin. Ja. Ich muss mich wahrscheinlich erst mal ein bisschen einzocken. Schön. Das freut mich. 30 Punkte. Oh. Ich habe drei bekommen. 6 und das waren 40 Punkte. Der zweite nur 168. Das ist ja nice. Gut. Dann gehen wir mal zum Hunger. Und ich sage, danke schon für das Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal seid. Bis dann. Ich wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.